Im Jahr 2022 arbeite ich seit zehn Jahren für Dr. E. Voss Professional Care. Da ich an der Vermarktung einer hochprofessionellen Hautpflegemarke beteiligt bin und die Rolle und Auswirkungen verschiedener Inhaltsstoffe auf die Haut kennengelernt habe, ist es wahrscheinlich ganz natürlich, dass ich auch bei der Auswahl von Make-up-Produkten sehr wählerisch geworden bin. Und ich dachte mir, dass wir sehr viele kritische Kunden haben, die auf die Inhaltsstoffe achten und dass es ihnen genauso gehen muss. Aus diesem Grund hat unser Team mit großem Eifer diese Linie mit modernen, unverzichtbaren Produkten zusammengestellt. Mit natürlichen und sauberen Inhaltsstoffen, die das empfindliche Gleichgewicht unserer Haut respektieren. Diese Dr. E. Voss Beauty Linie ist eine Kapselkollektion mit modernen Essentials. Sie ist für die Tage gedacht, an denen Sie sich schminken möchten, ohne unbedingt tief in die Make-up-Tasche greifen zu müssen. Sie verbringen weniger Zeit vor dem Spiegel und sehen trotzdem umwerfend aus.